Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Okay, wir wollen als nächstes das Voren plündern, das heißt wir reisen mal hier hin. Gestern hat einmal die Sonne gescheint und schon habe ich Sonnenbrand. Ich kenne normal gar keinen Sonnenbrand, super untypisch für mich. Das war gestern, klar, die erste Sonne im Jahr. Vorsicht, Käpt'n Cormac, Four Blanc voraus. Vor Blanc ist auch unser Ziel. Gestern habe ich es leider gar nicht mehr geschafft aufzunehmen, weil ich war so kaputt, ich hätte so früh aufstehen müssen noch. Ich sage früh, also ich weiß gar nicht, ich bin um acht aufgestanden und damit ich hätte aufnehmen können, hätte ich halt schon so um sechs aufstehen müssen. Fliehsegel einholen, wir möchten diese Türme treffen, mehr Segel, gib mir mehr Segel, alle aus der großen Berge. Wir sind leichte Wolken für Ihre Mausascha. Öffnet. Oh, ich habe wieder keine Mausascha, okay. Das Spiel ist maßlos zu laut. Bereit zum Zuschlagen! Feuer! Position verbreitet! Feuer! 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 Diese Effekt-Lautstärke ist unglaublich. 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 Das erste nehmen wir zur Flotte, das zweite nehmen wir zum Reparieren. Eigentlich sollte das schon drin sein. Das ist Ihr Schwachpunkt. Das ist die Effekt-Lautstärke ist unglaublich. Das ist die Effekt-Lautstärke ist unglaublich. Das ist die Effekt-Lautstärke. 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 Best 했습니다. Vier Schüsse, fünf tot. Sehr gut. Ja, noch so ein Mini-Schiff bei eigentlich in der Flotte. Haben wir genügend. Halbes Segel, fangt Wind ein. Top- und Brabsegel, Vieren und Dichtung. Feuer! Aufbrechen und Schiffen. Feuer! Der Wind gefällt so nicht. Feuer! 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 Erwartet ein paar Fehlischer! Feuer! Da! Da müsst ihr treiben! Feuer! 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 Da müssen alle Segel retten. Kommt auf, Käpt'n! Gebt mir etwas klar! Das merke ich. Feuer! Das ist der Schwachbund. Feuer! wir sind da noch näher dran irgendwie gut waren sogar schon drei stern vor oder meine ich dieser wind macht drei punkte sogar also stärkere forts gibt es ja gar nicht gar nicht mehr weit sein wir sind halb durchs spieler durch also dabei zeigt sie mir noch als rot an so für 57 haben wir wohl noch nicht abonnent warte und 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 Oh! 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 Ne laissez pas respirer. Ah! Oh! 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 Was soll ich jetzt hier auch drauf schießen können? Habe ich nicht gesehen. Hier überall. Upsi. Egal, war ein cooler Kampf. Ich kann mal gucken, wir müssen aber immer Sachen einsammeln, ne? Ja, ist doch eine gute Tour hier. Nein, dann kann ich nicht hoch. Was die mich nicht gesehen haben. Ich bleibte, ihr könnt ihr einen spieg. Ich leans, ich leans, ich leans. Ich leans, ich leans! Ich habe eine Bache in einem Gouloir. Ich kann sie abattetieren, dann, zu spüren! Ich leans, ich leans! Ich leans, ich leans! Ich leans! Ich leans, ihr sepren! Ich leans, ihr sepren! Nein, 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 du siehst mich nicht. Gut, fragt mir den Hammer, dann die zwei Ziele. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. So, das vorgehört uns. Okay, ist schon mal gut, dass nur hier und hier unten so Einsammeldinger sind. Ich hatte Angst, dass an der Küste noch was ist. Hier oben haben wir auch was. So, irgendwie ist die Runde. So, er ist zieht ruhig. Das ist so komisch. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum dieses Markieren so gar nicht funktionieren? Das hatte ich auch noch nie in dem Assassin's Creed, deswegen. So, und das letzte Fragment ist mit Sicherheit so, dass wenn man zum Schiff vorgeht, wenn da irgendwo runterspringen muss. Ich bin mir eigentlich fast sicher. So, schauen wir mal. Vorne irgendwo, ne? Da komme ich nicht hoch. Hier vielleicht? Nee. Kann ja gar nicht, der Shale. Soll ich da hochkommen? Hier über das Haus vielleicht? Darf ich nicht, dass das Spiel, das würde gut gehen. Ah, das ist viel leichter, als ich dachte. Ah, hier wäre so ein Ding außenrum reingewesen. Den hätte man eigentlich nehmen sollen. Upsi. Habe ich wieder gar nicht gesehen vorher. Was darf es denn heute sein? Ich weiß noch nicht, was sein darf. Schauen wir mal. Erstmal Mörser. Ich hoffe. Sind 15 Stück, aber auch ein bisschen wenig. Ich weiß noch nicht. Aber mal mehr schweren Kugeln schadet auch nicht. Mal nur 15, ne? Kann man die nämlich auch gleich auffüllen, ja. Kann der Öl, ich weiß noch nicht. Das war eine runde Sache. Kann ich das noch nicht richtig benutzen, glaube ich. Irgendwie, also wie ich das jetzt mache, ist ja irgendwie. Scheiße. Wollen wir mal erst nochmal dahinter und die zwei Sachen noch holen. Großsegel, los geht's. Volle Segel. Das ist halt so schwierig. Englische Schiffe sind blau. Englische Gegner sind rot. Französische Gegner sind, glaube ich, die Orangen, ne? So. Gleich nochmal. Oh, hier ist so kalt. Sieht gar nicht kalt aus. So, die Kiste ist auf jeden Fall weiter oben. Das heißt, wir wollen hier einmal hoch, schätze ich. Genau, und hier musst du dann eigentlich stehen. Wahrscheinlich kann ich hier runterspringen und krieg das Fragment. Ah, da oben. Jo. Machen wir. So, wir reisen direkt wieder hier hin. Dann können wir nämlich hochfahren. Oder nicht lang rumfahren. Jetzt haben wir in der Hoffnung, wir sollen mal auf das Schiff direkt aufspringen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß noch nicht, wer das heute machen muss. Jetzt lautet ja, glaube ich, viel angenehmer. Also, ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, es ist viel lauter als alle anderen Teile bisher. Ja, wir müssen wieder einmal nach oben. Wo auch immer das geht. Ah, hier ist eine Höhle. Okay. Da kann ich hoch. So, ja, finde ich, finde ich eigentlich, selbst die, finde ich viel besser, diese Assassin's Creed 4. So ein gutes Spiel war. Und diese ewige auf einer Insel anlegen, ist immer das gleiche Fragment. Teilweise mit irgendwie schlechten Sprüngen, erinnere ich mich, von so einem Stein runtersammeln. Das war halt irgendwie eintönig. Dagegen wirkt das hier ein bisschen durchdachter. Wenn er mich fragt. Das ist jeden toll Segen. So, wollen wir hier noch anlegen, ne? Falls das geht. Auf, Gein! Den Druck vom Baum! Auf, Gein! Auf, Gein! Und verfallen lassen! Oh, hier ist es wieder riesig. Oder, naja, riesig. Übertrieben. Groß. Bienvenue en Nouvelle France. Okay. Weiß ich ja nicht. Hier so als Britenunterstützer. In dem Fall. Hier, da ist ja eine Musikquote. Gut, hier direkt eine Truhe irgendwo. Was mal hat, hat man, ne? Jetzt find's, auch die Tutorials immer so lustig. Jetzt erklär du mir nochmal die Ampirschtzone. Benutzt die das ganze Spiel über schon. Da, so, schauen. Hier rüber. Und jetzt fliegt sie eh schon los, wahrscheinlich. Ja, super. Sicher auch ein Fragment. Das wir werden jetzt hier renovieren. Äh, falls es geht, habe ich genug Holz. Ah, scheiße. Dachte ich mir jetzt. Aber hoch wollen wir trotzdem. Nichtsdestotrotz. Uiuiui. Und das Fragment. Holen. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Ja. Warte mal. Okay. 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 Ah, hier nach oben. Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht stören jetzt, Mann. Äh. Versteh dich außerdem nicht. Wo ein Französisch ziemlich eingerostetes. Nächster Aussichtspunkt. Ja, nächste Truhe. Jetzt sehen wir ja auch alles. Okay. Ja, okay. Okay. Schnell hier hinten das. Dann machen wir hier oben die Tour. Und dann da unten das Lager. Und dann können wir die Renovierung auch machen. Oh, das geht schon. Ja. So. Muss ich wohl wieder mal hier. Ich bin mir sicher, die Mission ist dann wahrscheinlich wieder hier, ne? Kenn ich schon. Aber ist mir egal. So, und dann wollen wir nämlich gleich wieder hoch. Und hier eigentlich am Rand bleiben, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nächster Hüllmalerei, genau. Alte Frage. Ist die hier? Oh, das könnte sein, ne? Ja. Super. Da wachst du. Ich bin gespannt, was wir da am Ende wieder aufdecken. An Wohlstand ist auch. Und ich war auf der Karte direkt übersehen. Ich habe zwar da ein Fragment. Ich meine, die sind ja zum Sammeln sehr ähnlich, zugegebenermaßen. Aber... Einmal da rein. Super. Da haben wir mal 5 von 5 Sammlerobjekten. Na, aber hier unten und was. Ja. Ja, ich muss so viel einstecken. Ich bin so gemein zu dem. Aber ich habe noch nie den Hinweis gesehen jetzt in dem Teil. So, auf dieser Insel ist ein Schatz. Aber es kann natürlich sein, dass ich den übersehe, weil ich... Verlade hat das sinnlose Tutorials, die wahrscheinlich einfach schon ignoriert die ganze Zeit. So. Sehr gut. Ich meine, den Wagen machen wir im nächsten Part, glaube ich. Wie gesagt, ich muss wieder... Und die Jagd... Die Jagd muss hier unten... Machen wir auch später. Ich muss das heute noch hochladen. Das hilft nichts. Also, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.